Das ist schön, wir haben auch Bock. Entschuldigung, dass es länger gedauert hat. Wir mussten uns noch untenrum rasieren. Wir brauchen direkt zum Anfang euren vollen Einsatz. Seid ihr da, Arlsdorf? Schönen Dank für den Applaus. Ihr seht auch wirklich prima aus. Schön, dass ihr heut mit uns pufft. Wir haben auch extra nicht geprobt. Alles noch. Hey, ho, die Mann ist da. Wir laufen mit jedem Jahr. Hey, ho, die Mann ist da. Und alle so schalalala. Das war schon mal sehr schön. Sehr schön. Lieblingspilfred und der Käpt'n trinken heute drei, vier, schnipps. Die Wugelspred und St. Parkrock-Schwein fährt uns alle heim. Ja, hey, ho, die Mann ist da. Wir laufen mit jedem Jahr. Ja, hey, ho, die Mann ist da. Und alle so schalalala. Hey, ho, die Mann ist da. Ja, hey, ho, die Mann ist da. Und alle so schalalala. Okay, ich hab's angedroht. Was andere Bands im Konzert erst machen, machen die Mannsfritz direkt zu Beginn. Alle Alsdorfer, coolen Menschen, setzen sich hin und es wird gerudert mit dem Bier. Bei den Mannsfritz geht's von 0 auf 100 direkt. Sehr schön. Siehe, das sieht schon gut aus. Das sieht wirklich toll aus. Das ist unfassbar. Ich seh schon, ihr seid definitiv bereit für die gute Idee. Das hat noch nie so gut geklappt. Wirklich toll. Okay, ihr kennt das Spiel. Wenn ich bei vier bin, rasten alle kollektiv aus. Ihr kennt das. Eins. Zwei. Zwei. One, zwei, drei, vier. Hey, ho, die Mann ist da. Wir laufen wie in jedem Jahr. Hey, ho, die Mann ist da. Und alle so schalalala. Hey, ho, die Mann ist da. Das war sehr schön. Wir sind die Mannsfritz aus Bonn. Danke, also. Wir sind Punk.